Hallo zusammen, willkommen zurück heute nochmal mit unseren wundervollen Lambda-Funktionen. Und ja, ich hatte ursprünglich vor zu erklären, warum man die Dinger eigentlich so dringend braucht. Wir werden das Ganze allerdings, wie gesagt, noch bei der Concurrency ein bisschen kennenlernen und bei den Entwurfsmustern. Und bei den Entwurfsmustern, da habe ich eine separate Playlist dazu und die lohnt sich, glaube ich, da mehr. Ich hatte schon mit Callbacks kurz angedeutet, ich will das ganz kurz demonstrieren. Wenn wir hier zum Beispiel eine VoidFu haben, die zum Beispiel irgendeinen Parameter A nimmt und eine Error-Funktion, zum Beispiel falls was schief geht, ja, das nehmen wir jetzt hier einfach mal als Funktion einfach an. Machen wir ein Auto draus und dann sagen wir hier drin, jo, mach irgendwas, invalid op. Und quasi überall drumherum sagen wir hier try und probiere alles aus. So, und wenn Catch triggert irgendeine Exception, keine Ahnung was für eine, dann sagen wir hier, okay, dann ruf doch die Error-Funktion auf. Das nennt sich Callback. Auch zum Beispiel, wenn was fertig ist, dass man dann was anderes macht. Gerade das ist bei Concurrency super, super wichtig. Ich mache irgendwas und wenn das fertig ist, dann fange ich mit was anderem an. Das sind meine Callback-Funktionen. Also, falls irgendwas passiert ist, mache ich was. Und das ist natürlich jetzt nebeneinander ein herläufiges Programmieren sozusagen, aber da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Der Punkt ist nur, man kann hier eben eine Funktion übergeben und die dann hier quasi als weiteren Einstiegspunkt verwenden. Und im Endeffekt, in JavaScript ist das völlig normal, dass man das macht und jetzt kann man es eben auch in C++, gerade wegen Concurrency und eben noch Speedup durch Parallelismus und so weiter, ist das natürlich super, super wichtig. So, jetzt zu diesen Expressions hier vorne dran. Wenn wir uns mal ganz kurz die Variablen-Situationen angucken, der Gültigkeitsbereich von Variablen, sagen wir hier einfach mal int local var sozusagen ist gleich und natürlich 42. So, und wenn wir jetzt versuchen würden, hier drin Cout local var zu machen, passiert folgendes. Es ist natürlich nicht definiert, wie wir hier auch schon sehen können. Local Variable ist nicht hier drin deklariert und deswegen, ja, das ist eigentlich so der große Vorteil. Diese Lambda-Funktionen sind ein abgeschlossenes Stückchen Code, was man einfach so zur Verfügung hat. Im Endeffekt, wie Utility-Functions kann man sich das erstmal vorstellen. Natürlich gehen die auch innerhalb einer, sagen wir mal, einer Funktion oder einer Klasse, das ist alles gar keine Frage. Und ich kann die überall durchreichen, aber sie sind erstmal für sich abgeschlossen. So, und das wollte man natürlich, also klar, man kann das durch Parameter hier verändern, aber die Parameter sollten eigentlich kein lokaler Content sein oder sowas, sondern, ja, die Parameter sollten eigentlich wirklich halt nur das sein, was verändert wird sozusagen. Aber man möchte diesen Lambda-Funktionen auch ein kleines bisschen Kontext mit übergeben. Also klar, natürlich, Parameter würden auch funktionieren, aber eben der Kontext unserer aktuellen Ausführungsumgebung. Also zum Beispiel, dass ich als User, wenn ich, sagen wir mal, meinen Browser starte und der in C++ geschrieben ist, dann habe ich bei mir sozusagen eine eigene Umgebung, ein eigenes System zum Beispiel. Sowas wie ein eigenes, zum Beispiel eine lokale Umgebung, welches System nutze ich, was für, ja, was für Sachen habe ich gerade offen, wie viel Speicher habe ich frei, etc. Solche Sachen kann man da natürlich auch drin gebrauchen. Ja, die könnte man sich vielleicht auch als Parameter übergeben, aber es ist halt ein bisschen umständlich und deswegen gibt es diese Liste hier vorne. So, diese Liste hier vorne hat jetzt mehrere Möglichkeiten aufgerufen zu werden. Da gibt es zum einen mal ganz normal über Werte, ja. Ich kann hier einfach den Wert hier reinschreiben, indem ich local var hier reingebe. So, und plötzlich habe ich natürlich local var zur Verfügung, auch unter demselben Namen. Allerdings, was man wissen muss, local var kann nicht verändert werden. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht sagen, local var gleich 1337, weil das ist im Endeffekt nicht möglich. Steht hier auch, cannot assign to a variable captured by copy in non-mutable lambda. Das bedeutet, das ist sozusagen eine Konstante und kann nicht überschrieben werden. Ist natürlich auch sinnvoll, auch wenn es außen keine Konstante ist, weil eben meine Lambda-Funktion nur den aktuellen Zustand sozusagen auffangen soll und darauf weiterarbeiten. Das, was verändert werden kann, sollte man eigentlich hier rüber übergeben. Aber, ähm, ich kann trotzdem hier Referenzen übergeben. So, und wenn ich Referenzen übergebe, habe ich einfach nur einen Verweis auf einen gewissen Speicherbereich. Und mit dem kann ich grundsätzlich machen, was ich möchte. Da nimmt mir niemand irgendwelche Freiheiten weg. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, ich übergebe hier mein und local var und, äh, ja, jetzt kann ich quasi hier sagen, was ich möchte. Ich kann es auch auf 1337 setzen, da hindert mich niemand dran. Ähm, wobei ich glaube, das nicht so richtig... Doch, das funktioniert wunderbar. Ähm, wie wir hier sehen können, erst war es 42 und dann war es 1337 und dann habe ich quasi das Ergebnis zurückgegeben und das ausgegeben. So, das bedeutet, ich kann, wenn ich das Ganze als Referenz übergebe, alles hier rein machen. Das geht ohne Problem. Ich kann auch mehrere Variablen hier reingeben, einfach mit einem Komma drin, wie im Endeffekt eine Parameterliste auch, ja. Das ist nichts Besonderes. Was ich allerdings vor allem machen kann, und das ist jetzt richtig interessant, ich kann, also ich kann natürlich auch einfach nichts übergeben, das haben wir bisher immer gemacht, aber es gibt zwei Spezialdinger sozusagen. Und, und danach noch ein ganz besonderes Spezialding, das gucken wir uns gleich noch an. Ähm, und zwar, ich kann hierher gehen und, ja, einfach, ähm, mir das ganze Feld ausgeben lassen. Also quasi alle Variablen, die ich gerade zur Verfügung habe. Also nicht nur eine oder zwei oder jede, die ich aufzähle, sondern halt wirklich einfach alles. Und das kann ich mit folgenden zwei Varianten machen. Ähm, es gibt allerdings zwei große Unterschiede. Wir fangen jetzt mit dem ist gleich an. Ich kann einfach das ist gleich hier reinbringen und, ja, was dann im Endeffekt passiert ist, der Compiler packt mir alles hier rein. Das heißt, alle Variablen im Local Scope, also alles, was hier drin quasi gültig ist in der Main, wird hier reingepackt mit diesem ist gleich. Das heißt, wenn ich jetzt noch eine zweite Variable habe, int local war, äh, zwei, ist gleich 1337, dann wird die hier auch übergeben. Wir sehen hier, ich kann die wunderbar ausgeben, aber das hier wird mir einen Compiler-Fehler werfen, wie man auch an dem ist gleich sehen kann. Das war rot und da kringelt, falls ihr es nicht gesehen habt. Kann ich, ja, ohne Probleme soweit machen. Aber natürlich kann ich hier nichts verändern, weil ich keine Referenz habe. Ich bekomme wirklich die Variablen hier reingeschrieben. So, und das nächste wäre dann eben natürlich, ich will meine Sachen auch verändern können. Also, was mache ich? Ich gebe halt hier ein und rein, statt dem ist gleich. Das ist im Endeffekt, als würde ich eine Referenz für alle Variablen wählen. Und ja, dann kann ich sie natürlich auch verändern, wie wir hier sehen können. Ähm, local war kann überschrieben werden. Das ist nicht falsch angestrichen. Und wenn ich local war auch ausgebe, ist es erstmal 42 und dann 1337, wie wir hier unten sehen. Und ja, damit habe ich quasi meine local war überschrieben. Und alle Variablen hier über eine Referenz sind verfügbar. So, jetzt kann ich sogar noch ein Stückchen weiter gehen. Ich kann mir hier drin sogar Expressions geben. Ich kann einfach schreiben, ähm, mein Val, ich schreibe jetzt einfach mal Val, ist gleich 42. So, das wäre dann der erste Value sozusagen, wenn das local war, natürlich nicht mehr drin. So, dann habe ich quasi mir einen neuen Value erstellt. Und wir gucken uns jetzt mal an, was wir damit machen können. Val ist gleich 1337 und Val. So, und wir sehen hier schon, äh, das wird nicht funktionieren hier. Ich kann diesen Wert hier nicht überschreiben, ich kann ihn nur lesen. Ähm, das ist quasi der große Unterschied hier. Das heißt, was ich irgendwie machen müsste, wäre sowas, aber ja, das geht halt nicht. Das heißt, ich kann hier zwar Expressions machen, aber sie müssen halt, ähm, unveränderlich sein. Okay. Ich kann jetzt aber auch hierher gehen und kann sowas machen, wie, zum Beispiel, wenn wir hier oben einen Smart Pointer haben. Falls ihr die Videos zu den Smart Pointer nicht gesehen habt, jetzt wäre der ideale Zeitpunkt dazu. Ähm, sagen wir einfach mal, wir haben hier Auto-Pointer ist gleich, ähm, einen uniken Pointer, MakeUnique. MakeU, ah, habe ich den nicht, ich habe MakeUnique, habe ich den echt nicht drin? Okay, ähm, ja, habe ich wieder rausgeschmissen, Memory. Ähm, ja, Hashtag Include sollte vielleicht vorne dran. Okay, ähm, genau. Genau, also MakeUnique und wir wollen natürlich einen Int machen, einen Int machen mit 42, wer hätte es gedacht? Und ja, wir wollen jetzt hier diesen Pointer drin verwenden. Jetzt wissen wir natürlich, wir können keinen neuen Pointer auf diese 42 bekommen, weil das Ding ist natürlich unique. Ja, wir können das Ding nicht kopieren, es ist einzigartig und exklusiv in diesem Pointer hier gespeichert. Was wir durchaus machen können, ist Moven, das haben wir schon gelernt. Und ja, wir können jetzt hier einfach sagen, move den Pointer und, ähm, haben den jetzt hier in unserem Value drin stehen. Und jetzt können wir mit dem irgendwas machen. Was wir immer noch nicht machen können, ist das hier. Wir können immer noch nichts zuweisen, weil natürlich diese Werte hier fest sind. So, und wenn wir das jetzt starten, sehen wir hier wunderbar, es gibt mir mein Value aus. Natürlich kann ich hier auch auf den Value zugreifen, ähm, und ich kann mir auch die Speicheradresse ausgeben, wie ich das eben möchte. Also 42, das hier oben ist, die Speicheradresse, nicht erschrecken. Ähm, und ja, das ist quasi meine, meine Macht, die ich hier habe. Ich kann machen, was ich möchte, ähm, und kann hier sogar irgendwelche Expressions reinschreiben. Super geil eigentlich, ähm, macht das Ganze deutlich mächtiger. Und ja, es geht allerdings noch ein kleines bisschen weiter, ähm, mit dem funktionalen C++. Es gibt auch ein paar Funktionen, die natürlich C++ für euch schon bereitstellt. Die gucken wir uns dann natürlich auch noch an. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.